Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im drittgrössten Sportzentrum in der Schweiz kann man praktisch alle Sportarten ausüben, egal ob man Breitersportler oder Spitzensportler ist. Wir haben heute eine Startbahn eingelegt für Pop, Skeleton und Rodel damit die Schweizerinnen und Schweizer noch schneller werden. Viel Kommunikation, viel Bewegung. Alles klar? Let's go. Here we go. Ohne Swiss Los und die grossartige Unterstützung gäbe es das Zentrum hier oben auf dem Kerenzenberg nicht. Danke vielmals für alles.